Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Planet Crafter Humble DLC. Jo, auf dem wunderschönen Planeten Humble könnte man auch sagen. Ich glaube wir machen das in Zukunft dann so, das hört sich dann besser an. Wir spielen ja heute wieder hier. So, das heißt, ich habe da mal so geguckt, also 0,9 Nanopascal, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das zu wenig. Und wir müssen heute gucken, dass wir wirklich das Thema Luftdruck angehen. Weil, ja, das ist halt schon wenig, ne? So, jetzt müssen wir hier die Kiste leer machen, dass hier wieder was rausfällt. Alu haben wir natürlich jetzt erstmal genug. Das heißt also, Bauxit brauchen wir erstmal nicht wieder forcieren. Was wir aber, ups, was wir aber nicht haben, ist wie immer Eisen. So, 1, 2, 3, 4. Was brauchen wir dafür? Titan. Titan haben wir nicht. Gut, gehen wir Titan sammeln. Also, ich möchte gerne auf jeden Fall auf Stufe 2 Bohrer umstellen, dass die kleinen Dinger da wegkommen und wir ein bisschen, ja, einfach da hinterher kommen. Und wir bräuchten eigentlich sechs Stück erstmal. Das heißt, wir brauchen zwölfmal Titan und Eisen. Und ich hatte, glaube ich, einen neuen Sauerstoffbank freigeschaltet. Ja. Das Schöne ist, hier liegt ein Ptolemid ohne Änderung, ne? Was brauchen wir denn dafür? Magnesium haben wir zu Hause. Jetzt gucken wir noch, wie viel... Wie viel... Strom wir noch haben. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach einen zweiten davon. Sieben, das reicht. Magnesium einmal. Magnesium, da. So. Dann her mit dir. Und zack, rein damit. Dann nehmen wir die hier weg. 1, 2, 3, 4. Und stellen dafür diese hin. Warum ist er mich nicht... Ach, ja. So. Stört mich jetzt gerade nicht. Wir gucken, was wir brauchen. Zweimal Cobalt und Silizium. 1, 2. 3, 4. Silly, silly. Bombe zwei Stück. Und dann sind wir wieder... Im Fahrwasser, denke ich. Einmal. Zweimal. Jawohl. Da geht ihn nicht da wieder an. Und dann... Ja. Ähm. Silizium, können wir da reinpacken. Hier vorne müssen wir nochmal so eine Krimskramskiste machen. Geht nicht anders aktuell. So. Thema Wärme ist auch noch so ein Ding. 9,3 ist jetzt nicht das meiste, aber... Ja. Luftdruck. Sauerstofftank. Was willst du haben? Äh. Warte mal. Lauf ich die ganze Zeit mit Stufe 1 rum? Jo. Jo. Silizium, Kobalt, Titan. Haben wir nochmal alles. Silizium, Kobalt waren glaube ich 2, ne? Nein, Magnesium war zweimal. Ah, macht nix. So. Einmal wieder zurück. Oh, und Sonnenkollektor Stufe 2. Dann machen wir das einfach so. Und Nahrungssüchte. Jetzt, guck mal, jetzt kommen wir so langsam dahinter. Eisen, Titan, Silizium, Magnesium. Eigentlich alles einmal. Aber noch Eisen. Ja, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Und eins davon brauchen wir nicht. Pass auf. Was bleibt über? Kobalt. So. Abgehakt. Zweimal Stoff und zweimal Superlegion. Haben wir. Ach, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Haben wir überhaupt nicht. Aber im anderen Spiel nicht, haben wir hier auch nicht. Zweimal Alu, Titan und Silizium. Zweimal Alu. Tja, Titan. Nein. Titan, sehr schön. Und zack. Ja, guck mal. Jetzt kommen wir doch wieder. So langsam wird's. Aber wirklich langsam. Das ist ein bisschen unschön. Wir sammeln einfach mal ein bisschen. Das Schöne ist ja wirklich, dass du aus diesem Dolomit hier kriegst du ja alles raus. Bloß das Problem ist. Ach, ich bin jetzt immer noch so drauf, dass ich hier gucke. Schaffst du das noch wieder zurück? Wo ist das nächste Modul? Aber das schaffen wir jetzt locker. Können wir sogar noch hier ein bisschen rumlaufen. Ein Leuchtfeuer. Das könnten wir mal aufstellen tatsächlich, um sich hier mal so ein bisschen zurechtzufinden. Vielleicht machen wir es jetzt auch gleich mal so, dass wir mal da in die Höhle reingehen. Woppla. Hier lebst du aber gefährlich. So, dann nehmen wir das mal mit. Mal hier wieder eine Kiste wegräumen. Das könnte man alles mal ein bisschen komprimieren. So. Laufen wir mal nach Hause hier. Was gibt's hier? So aus wie Silizium. Naja. Was soll ich sagen? Die Bestellung bei den Göttern war nicht erfolgreich. Ich will eigentlich nur Eisen haben. Eisen, Eisen, Eisen. Aber irgendwie wurde es nicht gehört. So, jetzt bauen wir hier. Nochmal zwei Kisten hin. Dolomit-Kümmer. Da sind vier Stück drin. Da ist gar nichts drin. Dann machen wir da nochmal was rein. Dümmt so, da habe ich recht. So, wir haben zweimal Titan. So, wir haben zweimal Titan. Haben wir Kovalt noch. Dann bauen wir mal ein großes Modul hier hin. Die kleinen können wir upgraden, ne? Können wir die da oben drauf stellen? Ne. So. Zweimal Kovalt. Der Unterschied war Magnesium und Alu, ne? Magnesium und Alu. Magnesium. Magnesium. Hallo, hallo. Macht erstmal gar nix. So. Warte mal. So, umhärte ich das. Ja, wir müssen das alles ein bisschen kompakter hier hinstellen. Oh, Erzbrecher Stufe 2. Was kann der? Ugh, dafür brauchst du Boxit. Äh, okay. Dann müssen wir da hinten nochmal hinrennen. Aber. Energie 21. Oh. Ja, gut. Zehn Minuten haben wir. Machen wir mal hier essen, trinken, extra kauen. So, also wir brauchen zweimal. 1, 2, 3. Magnesium kann weg. Und hier Krimskrams. Zack, zack. 2, 3 und 1. Jawohl. Dann holen wir mal ein bisschen Boxit, ne? Also 3 brauchen wir auf jeden Fall. Eher 4, 5 so in dem Dreh. Damit wir halt noch was in die Maschine rein kippen können, ne? Na, da bin ich ja echt mal gespannt, was der... Ach, das ist... Weiß was traurig ist? Ich laufe jetzt an diesen ganzen... Dingern hier vorbei. Komm, Eisen nehmen wir wenigstens mit dir. Ach, komm, ey. Ich kann es nicht liegen lassen. Geht nicht. Es wäre echt schlimm. Wirklich schlimm, wenn ich das einfach liegen lassen würde. Deswegen machen wir das nicht. Ach, Inventar ist voll. Ja, gut. Und dafür kann ich ja dann nichts. Naja, doch schon ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Das sieht mir hier aus wie so ein kleines Becken, was sich auch noch dann nachher mit Wasser füllt. Ich würde das Modul jetzt hier aufbauen wollen. Bisschen am Rand. Springen wir mal kurz hier rein. So. Zack. Alles mal weg. Und dann holen wir hier mal. Da. 1. 2. 3 haben wir jetzt schon mal. Das ist schon mal so sehr gut. Was haben wir hier hinten noch? Ich würde hier gerne mit dem Jetpack hier durch die Gegend fliegen, aber irgendwie lässt er mich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich kein Jetpack habe. Hm. So. Zumindest sehen wir jetzt schon mal eine Bewegung beim Terraforming-Index oben rechts. Das ist halt schon mal viel wert. Weil so wie es vorher war, war es echt umschleppend einfach. Das war einfach nichts. Hier kann man nur mit einem Sacken. Hier ist auch nochmal Bauxitz. So. Ich gehe da unten jetzt noch mal eben Luft schnuppern. Hier. Werfe ich nochmal einen Blick rein. Lohnt sich nicht. Obwohl doch. Lohnt sich. Ruhnmodul-Glas. Kommunikationsantenne. Das wäre jetzt vielleicht was. Ich meine, im Standardspiel kennen wir es ja. Aber das wäre jetzt noch was. Das könnte man nochmal ins Auge fassen. Denn hier gibt es doch bestimmt auch eine Story. Und das sollten wir uns auf jeden Fall mal anhören, was die zu sagen haben. Ach, jetzt habe ich Titanen genommen. Naja, was soll's. Egal. Ich hätte eigentlich diesen hier gerne gehabt. Und dann ist auch gleich unser Platz ausgereizt. Super. Dann gehen wir jetzt zurück. Bauen Erzbrecher Stufe 2. Dann können wir, glaube ich, den einen wieder abreißen. Müssen wir mal sehen, was, für welchen Zeiträumen der dann arbeitet. Sagt es Zeiteisen. Joa. Ich muss echt schneller werden, ne? Hier, da. Es tut mir weh. Es tut mir weh, das hier zu lassen, ne? Co weiter mal zu Hause. Wollen wir mal pokern? Komm, wir pokern einfach und ich laufe jetzt da hoch ohne Zwischenstopp. Und ihr sagt in den Kommentaren, ob das funktioniert oder nicht. Was sind das für riesen Eier? Boah, hier, guck mal. Zweimal Eisen. Die Bestellung ist doch angekommen. Es hat sich nur weiter verstreut hier auf dem Planeten. Wie das halt so ist, ne? Der Lieferdienst ist auch nicht zuverlässig, muss ich mal sagen. Also da, wo kann ich mich denn da beschweren? Geht ja mal gar nicht. Also, 22 Energy brauchen wir. Ja, die haben wir locker. So. Oh, Exoskelett Stufe 2. Jetzt machen wir das mal eben schnell so, dass wir das da reinpacken und hier hinten noch ein bisschen was rein. Dann nehmen wir uns zweimal Kobalt und gehen nach draußen, um unseren neuen besten Freund zu bauen. Die sind hier nämlich. So, wie lange brauchst du? 90 Sekunden. Rein damit. Und du bist auch ein bisschen größer. Ich schimpfe nicht. Da ist leer. Hier ist voll. Das trifft sich gut. Dann bauen wir dich ab. Dann reicht einer. Der ist auch leer. Dann machen wir da was rein. Ich geh mal rein. Und dann machen wir hier noch unsere Modul hin. Und dann sind wir hier erstmal für den ersten Teil gut dabei. Bei Alu und Titan. Titan, Alu. Einmal Iridium. Und dann haben wir noch irgendwo Iridium. Hallo. Hallo. Da haben wir kein Iridium mehr. Da brauchen wir halt hier eine Stufe 1. Heizung gehen. Ist mir auch egal. Zack. So. Was brauchen wir denn? Luftdruck brauchen wir. Exoskelett Stufe 2 brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Da haben wir noch 30. Titan nochmal irgendwo. Nö, haben wir nicht. Gut. Oder auch nicht. Zack. Zack. Ei. Freitsprung. Da rein. So machen wir es. Nahrungszüchter kann ich auch bauen, ne? Oder? Wie war das? Ja. Alu und Eisen. Das habe ich noch. Und einen Samen. Da. Stellen wir dich erstmal hier hinten hin. Ich habe jetzt noch keinen Platz für dich, weil ich keinen Platz für Module habe hier oben drauf. Und auch keine Ressourcen. Das Thema Nahrung wird so langsam Thema. Kann man so rum lieber machen. Danke. Ja. Der Index tickt langsam. Das ist schon mal viel wert. Hier kommen vier Elemente raus. Das ist schön. Dann können wir doch bald mal drüber nachdenken. Oben weiterzubauen. So wie. Hä? Ohne Eisen wird das nix. Wie zum Beispiel hier. Ohne Eisen. Ohne. Äh. Einmal so. Das kann man euch hier noch mit Leiter hinsetzen. So. Und dann sind wir hier oben. Dann machen wir hier Ebene 2. Ohne Eisen. Dann machen wir da noch eine Scheibe rein. Damit wir schon mal sehen. Haben wir nochmal irgendwo Eisen? Eisen. Nein. Leider nein. Ist aber auch nicht tragisch. Hier stehen noch dieselben Rezepte drauf. Okay. Also der kann jetzt nichts irgendwie besser oder anders. Ist aber auch erstmal nicht schlimm. So. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Denkt nachher an die andere Serie. Von Planet Crafter, die noch läuft. Und dann würde ich meinen, bis morgen wieder. Gehabt euch wohl. Macht's hübsch. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.